Eigentlich kennen wir Anna als eine Let's Dance-Favoritin, die mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin das Publikum begeistert hat. Doch jetzt hat sie ihrem Co-Star Philipp Boy ihr Herz geschenkt. In der letzten Live-Show hat Anna mit Valentin eine unglaubliche Charleston-Choreografie aufs Parkett gelegt und das Publikum zum Toben gebracht. Doch nicht nur das Publikum war begeistert, auch Philipp Boy hat Anna seine Bewunderung für ihre Leistung gezeigt. In einem süßen Instagram-Post hat Anna ihrer Liebe zu Philipp Ausdruck verliehen und er hat prompt mit einem Kommentar geantwortet. Die beiden scheinen sich also auch abseits der Tanzfläche gut zu verstehen. Wir sind gespannt, was die Zukunft für Anna und Philipp bringt und wünschen den beiden alles Gute. Was denkst du darüber? Schreib uns gerne deine Meinung in die Kommentare.